Zu Physical Computing habe ich gezeigt, wie man LEDs an GPIOs schalten kann, wobei pro zuschaltendem Verbraucher ein Pin im Modus als Ausgang verwendet wurde. In diesem Video werde ich nun demonstrieren, wie man mehr LEDs schalten kann, als GPIOs vorhanden sind, indem man die Bauteile in einem Gitter anordnet. Habt ihr verstanden, wie eine LED-Matrix funktioniert, so könnt ihr z.B. einen Mini-Bildschirm aufbauen, die hier zu sehenden industriell gefertigten Platinen stammen von meinem Sponsor NEXTPCB. Dioden, zu denen auch LEDs gehören, sind Bauteile, deren elektrische Eigenschaften von der Polung der anliegenden Spannung abhängen. LEDs leuchten, wenn die anliegende Spannung an der Anode positiver ist als an der Kathode und dabei einen typischen Schwellwert überschreitet, hier sind das etwa 1.9V. Steigt die Spannung weiter auf etwa 2.0V, so leuchtet die LED heller. Wird die Polung umgekehrt, so leuchtet die LED auch bei wesentlich höherer Spannung nicht, hier sind es fast minus 5V zwischen Anode und Kathode. Hier zu sehen ist eine handgelötete Matrix bestehend aus 9 LEDs, die in 3 Reihen und 3 Spalten angeordnet sind und dabei von nur 6 GPIOs an einem Arduino Uno angesteuert werden. Anhand des Schaltbildes werde ich die Funktionsweise erklären. Die LEDs 1, 4 und 7 sind an ihrer Anodenseite direkt miteinander und über einen Widerstand mit GPIO 1 verbunden. Gleiches gilt für die LEDs 2, 5, 8 und GPIO 2, sowie die LEDs 3, 6, 9 und GPIO 3. Die Kathodenseiten von LED 1, 2 und 3 sind alle direkt mit GPIO 4 verbunden, was auch für die LEDs 4, 5, 6 und GPIO 5, sowie LEDs 7, 8, 9 und GPIO 6 gilt. Sind alle 6 GPIOs auf Low Signal gesetzt, so fällt an keiner der LEDs eine Spannung ab, entsprechend leuchtet keines der Bauteile. Schalten wir GPIO 1 auf High Signal, so beginnen die LEDs 1, 4 und 7 zu leuchten. Der Quellstrom fließt aus GPIO 1 über Widerstand 1 und teilt sich ab da auf die 3 LEDs auf, wobei die Teilströme in die GPIOs 4, 5 und 6 fließen. An den 3 parallel geschalteten Dioden fällt eine Spannung von 2V ab, was etwas mehr als der minimalen Durchlassspannung des verwendeten Typs entspricht, wie wir zu Beginn des Videos gesehen haben. An allen anderen Dioden liegt sowohl an der Kathoden- als auch an der Anodenseite eine Spannung von 0V an, womit diese LEDs ausgeschaltet bleiben. Wird nun GPIO Nummer 4 ebenfalls auf High gesetzt, so erlischt LED Nummer 1. An LED Nummer 1 liegt nun das volle High Signal an der Kathode an. An der Anode ist nach wie vor in etwa die Durchlassspannung des verwendeten Diodentyps zu messen, da die parallel geschalteten Dioden 4 und 7 nach wie vor in Vorwärtsrichtung gepolt sind. An LED 1 ist eine Spannung von etwa minus 2,85V zwischen Anode und Kathode zu messen, was der Logik Spannung von etwa 5V minus der Durchlassspannung entspricht. Diese LED ist somit in Sperrrichtung geschaltet, was das Minuszeichen am Multimeter verdeutlicht. Da die GPIOs Nummer 2 und 3 auf Low Signal geschaltet sind, fällt an den LEDs Nummer 2 und 3 fast die gesamte Logik Spannung von etwa 5V in Sperrrichtung zwischen Anode und Kathode ab, diese bleiben daher ausgeschaltet. Die Matrix funktioniert also nur mit Bauteilen, die Strom lediglich in einer Richtung passieren lassen, wie es bei Dioden der Fall ist, andernfalls würden bei dem hier zu sehenden Schaltzustand auch die Verbraucher D1, D2 und D3 eingeschaltet. Die Situation an den Dioden 5, 6, 8 und 9 bleibt unverändert, hier liegen nach wie vor 0V sowohl an den Kathoden als auch den Anoden an. Aus GPIO Nummer 1 fließt nun nur noch der doppelte Diodenstrom, der sich hin zu den beiden Stromsenken GPIO 5 und 6 aufteilt. Um schließlich nur noch LED Nummer 4 einzuschalten, muss auch GPIO 6 auf HIGH geschaltet werden. Nun ist nur noch diese LED in Durchlassrichtung gepolt. Der Spannungsabfall an den Dioden 1 und 7 entspricht der Logik Spannung minus der Durchlassspannung von Diode 4 mit dem positiveren Potential an der Kathode, womit diese in Sperrrichtung geschaltet sind. An den Dioden 2, 3, 8 und 9 fällt zwischen Anode und Kathode die negative Logik Spannung ab und an den Dioden 5 und 6 liegen 0V zwischen Anode und Kathode. Der technische Strom positiver Ladungsträger fließt aus GPIO 1 nur über LED 4 hin zu GPIO 5. Die Stromstärke, die GPIO 1 liefern muss, beträgt nur noch ein Drittel im Vergleich zur Situation, in der alle drei LEDs von Spalte 1 eingeschaltet waren. Wer ganz genau hingesehen hat, dem ist aufgefallen, dass die LEDs einer Spalte umso heller leuchten, je weniger davon eingeschaltet sind. Der Strom durch eine LED ist in der Praxis niedriger, je mehr LEDs parallel an einen Vorwiderstand geschaltet sind, die Rechnung dazu findet ihr auf meinen Seiten. Wie zu Beginn sind schließlich wieder alle LEDs ausgeschaltet, wenn auch GPIO Nummer 5 auf HIGH-Signal gesetzt wird. Daran ändert sich nichts, wenn GPIO Nummer 1 auf LOW-Signal geschaltet wird. Nun liegt an allen neuen Dioden die nahezu volle Logik Spannung von 5V in Sperrrichtung an. Dies ist der bessere Ausgangszustand für eine LED-Matrix, denn ausgehend hiervon bleiben alle LEDs ausgeschaltet, wenn nun GPIO Nummer 1, 2 oder 3 auf HIGH-Signal gesetzt wird. Setzen wir GPIO Nummer 2 auf HIGH-Signal, GPIO 1 und 3 auf LOW. Die LEDs in Spalte 1 und 3 sind mit 5V an den Kathoden und 0V an den Anoden in Sperrrichtung geschaltet. An den Dioden in Spalte 2 liegen sowohl an den Kathoden als auch an den Anoden 5V an, womit durch keine der 3 LEDs ein Strom fließen kann. Erst wenn einer der GPIOs Nummer 4, 5 oder 6 auf LOW-Signal geht, fließt ein Strom durch das Netzwerk. Hier ist GPIO 6 auf LOW-Signal gegangen, womit ein Strom aus GPIO Nummer 2 über den Widerstand und LED 8 in GPIO Nummer 6 fließt. GPIO 2 ist die Stromquelle, GPIO 6 die Stromsenke. Bevor die nächste LED eingeschaltet wird, sollte der Ausgangszustand wiederhergestellt, GPIO 6 also wieder auf HIGH und GPIO 2 auf LOW geschaltet werden. Zum Einschalten einer beliebigen LED muss also zunächst der GPIO der entsprechenden Spalte auf HIGH-Signal... ...und direkt anschließend der GPIO der entsprechenden Zeile auf LOW-Signal gesetzt werden. Hier ist Spalte 3 auf HIGH und Zeile 3 auf LOW, womit LED Nummer 9 eingeschaltet wird. 6 GPIOs sind ausreichend, um 9 LEDs einzeln einzuschalten. Die LED-Matrix kann nach Belieben vergrößert werden, sofern ausreichend GPIOs zur Verfügung stehen. Hier steuere ich eine Matrix bestehend aus 36 verschiedenfarbigen LEDs mit nur 12 GPIOs an einem Arduino Uno an. Völlig unabhängig lassen sich die LEDs aber nicht schalten. Es können die LEDs einer Spalte entweder einzeln, in zweier Gruppen oder alle drei eingeschaltet werden, wozu die entsprechende Spalte auf HIGH-Signal und die jeweiligen Zeilen auf LOW gesetzt werden müssen. Ähnlich funktioniert das auch, wenn eine Zeile auf LOW geschaltet ist. Je nachdem, welche Spalten nun auf HIGH-Signal sind, leuchten die entsprechenden LEDs in dieser Zeile. Hier ist das für die LEDs 5 und 6 der Fall. Nicht möglich ist es allerdings zum Beispiel nur die beiden LEDs Nummer 3 und 8 einzuschalten. Für LED Nummer 3 muss Zeile 1 auf LOW und Spalte 3 auf HIGH gesetzt werden. Für LED Nummer 8 muss Zeile 3 auf LOW und Spalte 2 auf HIGH gesetzt werden. Werden nach diesem Prinzip beide LEDs eingeschaltet, so beginnen zwangsläufig auch die beiden LEDs 2 und 9 zu leuchten. Die Animation zeigt die Spannungen an allen LEDs und wieso nun 4 anstatt der gewünschten 2 LEDs leuchten. Sollen an der 6x6 Matrix zum Beispiel nur die LEDs der beiden Diagonalen gleichzeitig eingeschaltet werden? So führt das unvermeidlich dazu, dass nun sämtliche LEDs leuchten. Ein Ausweg aus diesem Dilemma bietet das sogenannte Multiplexing, bei dem die Trägheit des menschlichen Auges ausgenutzt wird, um den Eindruck zu erwecken, jede beliebige Kombination von LEDs schalten zu können. Wie gezeigt können die LEDs jeweils einer Zeile durchaus in beliebiger Kombination angesteuert werden. Der Trick besteht nun darin, die Zeilen mit sehr hoher Frequenz von oben nach unten anzusteuern und dabei jeweils nur die gewünschten LEDs einzuschalten. Die jeweils aktive Zeile ist dabei auf LOW-Signal geschaltet, die Spalten der zu aktivierenden LEDs befinden sich auf HIGH-Signal. Um die gewünschte Täuschung aufzubauen, muss die Matrix mit einer Frequenz von mehr als etwa 25Hz geschaltet werden. Bei einer 6x6 LED Matrix bedeutet das, dass eine einzelne Zeile für nur etwa 7 Millisekunden eingeschaltet ist, bevor die nächste Zeile angesteuert wird. Nun scheinen in der Tat nur die LEDs der beiden Diagonalen eingeschaltet zu sein. Bislang haben wir die LED Matrix in der sogenannten Common-Row-Cathode-Konfiguration betrachtet. Dabei sind alle LEDs einer Zeile an ihrer Kathodenseite direkt miteinander und mit einem GPIO verbunden. Vertauscht man die Anschlüsse aller LEDs, so erhält man die Common-Row-Anode-Konfiguration. Um in dieser Anordnung eine LED zu adressieren, darf nur an der entsprechenden Zeile ein HIGH-Signal anliegen, während die übrigen Zeilen auf LOW-Signal geschaltet sind. Alle Spalten außer der Spalte der einzuschaltenden LED müssen auf HIGH-Signal gesetzt werden. Die Signale sind im Vergleich zur Common-Row-Cathode-Konfiguration invertiert. Ferner fließt der Strom nun aus den GPIOs zur Ansteuerung der Zeilen hin zu den GPIOs der Spalten. Unter Berücksichtigung der technischen Stromrichtung, also der Bewegung positiver Ladungsträger, bilden die Zeilen die Stromquellen, die Spalten die Stromsenken. Der Lötaufwand steigt mit der Anzahl der zu verwendenden LEDs und hier kommt mein Sponsor ins Spiel. Die hier zu sehende Matrix aus 8x8, also insgesamt 64 LEDs, ist auf einer von NEXT PCB gefertigten Platine in Industriequalität aufgebaut. Die LEDs sind somit alle schön im vorgegebenen Raster und zur Kamera hin ausgerichtet, womit das Beispiel mit dem Multiplexing für die beiden Diagonalen deutlicher zu erkennen ist. Der Arduino Uno der vorangegangenen Beispiele ist durch einen AdMega 328P, also einen Arduino Uno ohne Arduino Board ersetzt worden. Noch kleiner geht's mit 3mm LEDs, die hier auf einer Platine verlötet sind, die auf einen Arduino Uno aufgesteckt werden kann. Mit Hilfe des Multiplexings können beliebige Grafiken auf dem Mini-Bildschirm angezeigt werden. Die LEDs müssen keineswegs als quadratische Matrix angeordnet werden. Die professionelle Platinenherstellung macht die Anordnung von 60 LEDs in einem Kreis zum Kinderspiel. Das Ergebnis ist eine sehr spezielle LED-Uhr. Ein paar zusätzlich gemixt diese aus meiner Kooperation mit NEXT PCB erstellten Platinen zeige ich in einem zweiten Video im Detail. Weitere Infos...